Hi ihr Lieben! Na wie geht's euch? Ich hoffe euch geht's allen sehr gut für diejenigen die das Video gucken. Heute ist was beauty technisch habe ich mal gemacht. Ich mache ja immer diese Facepaintings, die auf Twitch bei mir sind. Sie sehen das ja immer, dass ich immer Facepaintings mache wie Wikinger, Indianer, sowas. Jetzt habe ich mir, ich war ja letzte Woche in Monaco und habe mir eine Lidschattenpalette gekauft. Die sieht so aus. Die war gar nicht teuer und die Farben sind halt mega geil. Guckt euch diese Farben an. Kann man die Kamera bitte nicht mich stellen, sondern die Farben hier drin? Dankeschön. Die sind halt mega geil wenn du Facepaintings machen möchtest. Ich gehe mal einfach mal mit den Fingern da rein so richtig. In manchen. Hier. Das sind jetzt die, die bin jetzt mal ins Grüne gegangen, ins, jetzt muss ich gucken, ins Lilane. Und die sind halt voll gut. Ich weiß gar nicht wie das aussieht wenn du die auf den Hand drücken möchtest. Ja hier. Die sind halt mega geil. Ich muss nur nachher. Kann man die Hände sauber machen. Und die bleiben auch. Also einfach so kriegst du die nicht ab. Die sind mega schön. Das ist jetzt ein ganz kurzes Video für die, die halt... Also ich finde die schön. Da kann sein... Ich habe gedacht, ich zeige euch die einfach mal, weil ich ja diese Facepaintings normale werde. Die werde ich auch hier auf dem Kanal machen. Mit dem... Mit diesen... Hier mit den Push Up Farben, die ich gekriegt habe. Äh... Beziehungsweise nicht gekriegt. Ich habe sie mir gekauft. Ähm... Habe ich auch noch ein Video zugemacht. Ich weiß nicht wie das wird, wo ich die vorgestellt habe, die Farben. Ähm... Hier. So sehen die aus. Ich weiß nicht wie das geworden ist. Wenn nicht, mache ich das nochmal neu. Genauso wie ich dann die Farben zeige und mir den ganzen Arm hier voll schmiere von allen Seiten. Ähm... Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die Farben, wie ihr hier die Farben findet. Für die Frauen unter euch. Oder für die Kerle, die sich ja gerne schminken. Es gibt ja jetzt auch ganz viele Kerle, die sich gerne schminken. Könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr diese Farben findet. Ähm... Welche eure Lieblingsfarbe davon ist. Jetzt habe ich mich hier angemalt. Yay! Ich muss nachher noch zur Arbeit. Das ist nicht so toll, wenn ich dann irgendwie... Wenn ich dann Lidschatten am Kinn habe und ich laufe damit rum. Das hatte ich nämlich schon mal. Dann bin ich zur Arbeit gefahren. Und hatte hier so einen richtig, richtig schwarzen oder so einen richtig lila-haften Strich, weil ich einfach nur einmal so gemacht habe. Und dann hatte ich die Farbe im Gesicht. Das war nicht so berauscht. Und mein Arbeitskollege bedacht sich die ganze Zeit einen kaputt. Und äh... Ja, und ich weiß gar nicht, was los ist. Wie gesagt, ihr könnt mir ja mal sagen, welche auch eure Lieblingsfarbe ist davon. Wie ihr die Palette findet. Die war gar nicht teuer. Die hat, glaube ich, 2 Euro gekostet. Ähm... Ja! Ich hoffe, euch hat das kleine, kurze Video gefallen. Ähm... Lasst ein Abo oder schaut da auf den Kanal... Kan... Mail? Kanal? YouTube-Kanal nach. Oder hier auf meine Social-Media-Seiten. Ähm... Lasst ein Abo, ein Comment oder ein... Like da? Ich muss ja mal überlegen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tudududu! Tchakalaka!